Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic, ihr seid hier auf Raps Plague und ich habe jetzt hier mal so ein Drudge Longbow gefunden. Can be found, Timespace Distortion, the Fire Temple, Timespace Distortion can only be entered at specific items. Okay, jetzt habe ich halt so ein Longbow bekommen. Dann gehe ich mal auf die Master, aber da kann ich jetzt nicht hier... Da brauche ich ja einen, der einen Bogen hat, oder? Wer ist denn der jetzt hier? Hat hier jemand einen Bogen? Longbow. Die hat einen Longbow. Aha. Zeroblade Tomahawk. Ja, jetzt kann ich ja nicht irgendeinem einfach so einen Bogen geben. Was mache ich denn mit dem Bogen jetzt? Komm, wir gucken noch mal ins Inventar. Cannot use this item. The Longbow of Fire Temple Judge Chromid can be used to recruit Chromid and Chromid Weapon Upgrades. Aha. Kann ich also irgendwas mitmachen? Keine Ahnung. Gut, Pamarillos. Also, wir müssen mal Enter Stage drücken. Uns fehlt nämlich noch diese hier, so wie es aussieht. Ich bin mal auf Normal. Which is special. Ähm. Ich bin weiter einfach die drei hier mal. Einer hat abgelehnt. G4, B1. G4, B1. Hm. Was soll denn hier noch machen eigentlich? Dispatch three times with the combination of Teijin and Seizuka. Double Kill. Warte mal. Double Kill. Rank. Tighten Ruins. Game Mode Tutorial. General. Dispatch three times with the balance. Okay. Party Matching. Teijin and Seizuka. Aber ich glaube, das geht nicht bei der Arena. Aber ich brauche Normal Match. Also, ah, okay. Es gibt also quasi immer Daily Quests für alles. Dann für eine Mission. Und dann noch für Arena. Zwei habe ich schon. Zwei kann ich noch. Okay. Teijin und Seizuka. Achso, ne, ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob das dazu zählt. War, glaube ich, Mission, oder? Aber dies waren nämlich andere Attacken mit. Und zwar mache ich das hier auf Q. Und was ist das? Large Aura that increases weapon damage. Und das machen wir die auf Mach mal auf E. So. Lass ich auch auf Range. Und bei der Tussi. Das war unsichtbar machen. Das war der Snap Strike. Und dann probieren wir einfach die zwei Attacken mal aus. Was können wir denn hier noch? Critical Strike. Okay. Also, ich bin ready. Bin wir diesmal so. Das ist ganz cool, dass man immer aus verschiedenen Attacken wählen kann. Die Ulti ist quasi immer gleich, aber die normalen Attacken, die kann man immer anders machen. So, Dings. Ich habe auch jetzt 100% effektive Master Nodes. So wie es aussieht. Vorher hatte ich nur 83%. Ich bin gespannt, was es heißt. Also, ab in die Arena. Sonny und Sonic. Guck mal, ist ja lustig. Oh, 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 oh. Eine neue Arena. Teleport to the space on the left. Teleport to the space on the right. Okay. Okay. Okay, ich bin links. Blöder Sack. Oh, da kommt was. Ich habe übelst Range, meine Freunde. Ich habe übelst Range. Oh, die kriegen den. Muss mal gucken, was Q ist. Au. Alter, erwischt. Ah, jetzt habe ich hier fette Aura. Haut ab, ihr Penner. Ihr wollt mich hooken. Nein, ich bin tot. Okay, ich bin wieder da. Da kann ich mich runterschießen. Ah, die spielen gut in der Gruppe, ey. Ja, 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 ja. 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 Ah, ich kann nicht drücken. Alter, der macht mich fertig, der Kerl. Okay. Jawoll. Nice. Sie ist tot, die alte. Nice. Und der mal holt sich ein Triple Kill. Was macht denn E? Macht irgendwas. Keine Ahnung. So, was macht denn R? Oh, jetzt bin ich aber... Jetzt bin ich aber kaputt gehauen worden, ey. Okay. Hey. Haha. Haben die einen Healer dabei, oder was? Oh, jetzt muss man... Oh, muss man gekitet werden, hier. Nein, ich kann den Helden nicht wechseln. Mach den mal frackt. Overheated. Oh Mann, jetzt habe ich den Mausrad gedrückt, aber es ging nicht. Was kann ich denn hier? Ach so. Ah, mein steigt Level ab. Ach so, okay. Ah, was jetzt? Das war alles dunkel. Alter, wir kriegen voll auf die Schnauze, ey. Yo, 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 yo. Mach die alte fertig. Okay. Alter, der ist mieser Typ hier. Dieser fette Tank. Okay, okay, okay. Das muss mir auch mal einer mal sagen, dass man die Attacken skillen kann. Das habe ich ja noch nie gesehen. Den hole ich mir. Scheiße, der hat gewechselt. Nein. Okay, er wechselt auch auf Tank. Auf jeden Fall schlau, was er macht. Jawoll, er hat sie gekriegt. So, Bitches. Alter, der kann so eine Wand stellen. Wie Stil. Okay. Okay, drauf hier. Schön gemacht. Alter, dem ist ein scheiß Wirbel. Es ist wieder alles dunkel. Ich bin tot. Es war alles dunkel und ich bin tot. Also die müssen wir echt mal pimpen hier. Die ist geil, die Attacke. Okay, ich wechsel erst mal. Los, wir haben verloren. Oh, verdammt. Return to Bridge. Hier fünf. Also vier Kills. Fünfmal bin ich gestorben. So, das müssen wir jetzt noch zweimal machen. Aber hier, ja, nee, warte. Jetzt habe ich hier irgendwas gekriegt. Geil. Also noch zweimal. Okay. Enter the Arena. General, würde ich sagen. Machen wir wieder General. Und Party Matching. Oder warte mal. Invite Friends. Wenn ich da jetzt wen invite. Fix Max Making Range. Dr. Poxo ist mit dabei. Der hat abgelehnt. Unable to invite. Accept. Keine Ahnung. Der Poxo ist doch bei mir in der Liste, oder? Der ist doch hier Mercenaries, ja. Searching Game. Warte mal. Enter Stage. Was ist denn, wenn ich jetzt hier? Eine Random Stage. Auf Brutal. Und dann Dr. Poxo invite. Dr. Poxo ist mit am Start. Die anderen nehmen alle nichts an. Und wir invite einfach alle, bis hier irgendjemand reinkommt. Gibt's doch gar nicht. Ah, da ist Sonny's wieder da. Dispatch now. So, dann nehmen wir den wieder. Und wieder die... Sizuka Tussi. Genau, genau, genau. So. Das war die Pumpgun. Also das war das Dings. Das hier fand ich eigentlich ganz geil hier. Die fand ich ganz geil. Die fand ich jetzt nicht so gut. Die Shotgun ist ziemlich nice. Dann mach ich die Shotgun auf Q. Wobei ihr... Äh... Increasing your weapon damage and... Ne, das fand ich hier nicht so geil. Das war ganz geil. Und unsichtbar machen ist halt auch cool. Dann würde ich gerne unsichtbar machen. Und das hier. Ja. Okay, ich bin ready. Ready for the battle. So, wir spielen jetzt auf Brutal, Leute. Also jetzt geht's ab. Okay, also jetzt kriegen wir bestimmt auf die Fresse. Aber die anderen Modi, also der normale zum Beispiel... Der war jetzt halt normal. Konnte man ganz normal durchlaufen. Muss man jetzt nicht unbedingt sterben. Aber jetzt bin ich gespannt, wie der Brutal Mode abgeht. Und welche Stage zu spielen. Ah. War ich hier schon mal? Ne. Okay, die halten was aus, ja? Die halten ein bisschen was aus. Da liegt noch was. Ein Zoll. Aber hier die kenne ich auch noch nicht, die Stage. Yo! Und ab geht's. Komm. Knockback. Alter, der Typ ist fett. Und er ist weg. Au! Mach mal hier diese Scheiß. Viecher kaputt. Oh, ich bin overheated. Oh, shit. Oh, shit. So, cool. Und bam. Da bin ich wieder. Ist kaputt. So, jetzt mach den fetten Skorpion mal in Frack hier. Oh. Pflanzen machen wir auch. Quat. Overheat. Yeah. Area secure. Warte mal. Hat der ja irgendwas gedroppt? Nee, hat nix gedroppt. Okay, da oben geht's weiter. Oh, jetzt bin ich aber schnell. Nice, 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 nice. So, machen wir das Ding hier an. Mehr Damage, mehr Damage für alle Leute. Aber here, did. Scheiße. Was ist der denn? Der hat sich als Geschütz aufgebaut. Guck mal. Okay. Noch ein paar Sols einsammeln. Sol, sol, sol. Toll. Die Raketen fliegen mir da in der Fresse rum. So. Das sieht wieder nach einem großen Fight aus hier. Ah, da ist wieder so ein Skorpion-Boy. Ja. Yeah. Oh, 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 oh. Was macht der denn? Jetzt dreht er aber ab, der Skorpion. Da müssen wir mal hier ein bisschen. Zack, 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 zack. Da kommt ja noch so ein Vieh. Hau ab. Okay, der erste ist tot. Aber das ist ein anderer hier, der. Oh, da ist auch Treibsand überall. Komm. Ganze Team, mehr Damage. Ist immer geil. Au. Au. Das tut mir weh, was der da macht. Ei, ei, ei. Overheated, komm. Nahkämpfer. So, hier geht's runter. Wir sind ein bisschen flotter. Und zack, 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 zack. Epic. Gib mir Souls. Oh, scheiß auf den. Der trifft den ja gar nicht. Oh, schön viel Zolls. Ich merke schon, auf Brutal geht das Ganze hier ab. Da gibt's nix mehr. Okay, dann gehen wir den Weg nach oben. Aber coole Arena, also coole Mission hier. Von der Stage her und so. Ich weiß, wenn ich für diese Brücke hier noch zusammenhält, weil das einfach nur irgendwelche... ...äh, Stahl... ...straßen sind mit Beton drauf. Also ist halt Stahl drin, aber dann... Ah, 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 ah. So, mit Combo. Dipp, dipp. Yo, alter, der ist groß. Das ist quasi eine Schnecke als Skorpion. Und da ist noch einer. Komm, der ist down. Ja! Au, 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 au. Der trifft mich schon wieder. Ich bin geslowed. Da ist er. Der ist aber klein hier, der. Oh, fuck, da kommt noch einer. Komm, 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 komm. Ihr müsst hier in meiner Range sein. Dann macht ihr alle mehr Damage. Oh, oh, overheated. Ich werde hier irgendwo dahin gezogen. So, machen die Ads mal hier tot. Ah. Ah, da geht das wieder los. So, den schnappe ich mir jetzt aber hier. Strong. Nein, overheated. Egal. Yeah. Area secure. Weiter geht's. Oh, Bossgegner jetzt? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nix verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tritt, schick den Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch. Drück in deinemann Highscore. Kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot.